In diesem Video nehme ich euch mit zu meinem Spaziergang am historischen Hafen in Wehner. Das Hafenbecken wurde bereits um 1570 angelegt. Das Stadtbild wird geprägt von Häusern aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Wehner ist ein anerkannter Erholungsort mit einer tausendjährigen Geschichte. Der malerische Hafenbereich ist ein Heimathafen für historische Traditionsschiffe. Ein 2,5 Kilometer langer Rundweg führt rund um den Hafen herum. Bürgerbauten, kleine Leutehäuser und auch Speicher finden sich auf beiden Seiten am malerischen Hafenbereich. In unmittelbarer Nähe befindet sich auch der 40.000 Quadratmeter große Sportboothafen von Wehner. Weitere Informationen gibt es wie üblich in der Videobeschreibung. an zu einer dritte Fenster. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020